Redeem löst ein Milliardenproblem. Es geht um Papiervoucher. Anders als bei Flugreisen, Auto und Hotels gibt es bei Touristenattraktionen noch keine elektronischen Voucher, die sind nach wie vor noch sehr papierbasiert. Also bei Airlines kriege ich ein E-Mail-Ticket und dann kriege ich einen Boardingpass, um einsteigen zu können. Und bei Touristenattraktionen ist es anders. Ich kann online etwas buchen für eine Hop-on-Hop-off-Reise oder für einen Freizeitpark etc. Und ich kriege einen Voucher, das ist ein PDF, das muss ich ausdrucken und dann mit zur Attraktion mitbringen. Da muss ich mich erstmal anstellen und das austauschen gegen ein echtes Ticket. Elektronische Lösung ist noch nicht da, aber als Reisender stehe ich nicht gerne Schlange. So verbringe ich nicht gerne meine Urlaube. Aber für Touristenattraktionen ist es nicht nur negativ, denn sie brauchen nicht nur Front-Office, sondern auch Back-Office-Mitarbeiter, um die Voucher auszustellen, zu überprüfen. Und das kostet kollektiv natürlich Milliarden von Dollar pro Jahr. Einer unserer Kunden hat 27 Tage im Monat nur mit den Vouchers von letztem Monat zu tun gehabt. Was haben Sie denn da gekriegt dafür? Naja, Mobile Booking, das wächst sehr stark. Aber bei Touristen muss und Attraktionen ist es so, dass das Handy ganz einfach hier keine Rolle spielt. Bei den Touristenattraktionen sagen einem die Leute, wenn man mit dem Handy an der Hand aufrückt, dass man erstmal ausdrucken soll. Das ist eine schlechte Touristenerfahrung. Das führt zu schlechten Rezensionen, letztendlich weniger mobilen Verkäufen. Wenn Sie ein Verkäufer sind bei den Touristenattraktionen und wenn Sie keine Online-Tickets verkaufen, dann zahlen Sie praktisch drauf. Das ist ein Problem für jede Touristenattraktion. Redeem löst dieses Problem, indem Sie die Reseller und den Anbieter und den Touristen vernetzen. Wie sieht das denn jetzt aus? Die typische Touristenattraktionen arbeiten mit Dutzenden von Resellern und die Großen arbeiten sogar mit Tausenden zusammen. Die meisten schicken Ihnen Voucher. Das ist eine Scanninglösung auf dem Tablet. Das kann überall alle Reseller-Voucher scannen, kann das umwandeln. Jedes Barcode kann genutzt werden und wir nutzen unsere Barcode-Scanning-Technologie und wir können sogar Voucher ohne Barcodes nutzen. Wir haben eine Texterkennung und wir können sogar noch handschriftlich Voucher erkennen, indem wir die Informationen erst mal scannen und dann selbst transkribieren. Das ist eine Maschine, in die all diese Voucher hineinkommen und dann am Ende des Monats wird ein großer Bericht ausgedruckt. Die Kunden lieben unser System und für die Touristen ist das natürlich auch ganz toll, weil das sehr viel bequemer ist und die Reseller mögen es auch, weil sie mehr Tickets online verkaufen können. Das ist nur eine Anwendung unserer universellen Voucher-Einlöse-Technologie. Das kann ebenfalls genutzt werden für Reservierungssysteme, die bereits in Attraktion umgesetzt sind oder anderen Bereichen. Wir unterstützen alle Reseller, die bereits eingesetzt werden, 3000 weltweit in allen Sprachen, allen Währungen. Wir sind wirklich eine globale, eine weltweite Lösung. Geschäftsmodell ist ganz einfach, genauso wie unser Produkt. Wir haben eine 3-prozentige Gebühr, die wir erheben für jeden Voucher, den wir verarbeiten. Sie haben ein sehr viel leichteres Leben und das spart Dollar, aber kostet nur Pennies. Wir arbeiten mit den meisten Attraktionen zusammen, zum Beispiel Metropolitan Museum in New York, der Freiheitsstatue und One World Observatory. Das sind nur einige der mehr als 200 Attraktionen weltweit, für die wir hoffentlich die papierbasierten Voucher abschaffen können. Seit letztem April wachsen wir jeden Monat um 30 Prozent und wir sind gerade erst am Anfang. Focusrite Daten belegen, dass im letzten Jahr 37 Milliarden Dollar Tourist-Tickets verkauft wurden. Und bis zum Jahr 2030 wird sich das auf sehr viel mehr belaufen. Und das ist das Team, das sich in der Branche auskennt, in der Technologie auskennt. Und Kevin McLaughlin, unser CEO, hat Smart Destinations und Attract Change Cost Company gegründet. Mittlerweile haben sie einen Umsatz von 45 Milliarden Dollar und sie wurden vor kurzem übernommen für viel mehr als 50 Milliarden Dollar. Nathan Purps hat ein System gegründet, das millionenweit auf Computern genutzt werden. Alex Kramer hat für Focusrite geschrieben und hat Flagstrip eine B2B-Tour-Plattform gegründet. Auch ich habe Flagstrip zusammen mit Alex, unserem CEO, gegründet und wir haben das zur Hauptvermarktungsplattform für Hotels gemacht. Wir haben sehr viele Berater, die uns hier auf unserem Weg unterstützen. Disney, Google, Expedia, Focusrite, all das sind Begleiter auf unserem Weg. Das ist das Team, das sich mit der Technologie auskennt, mit der Branche auskennt. Wir vernetzen das Ganze, um elektronische Konnektivität für die Attraktionen im Reiseverkehr zu ermöglichen. Und zwar das zu schaffen, was andere Branchen bereits seit Jahrzehnten haben. Ich mache Touren zum Beispiel auf die ITB. Wie würde das für mich funktionieren? Ja, wenn Sie zum Beispiel Touranbieter sind. Sie rufen uns an, wir unterzeichnen einen Vertrag und dann kriegen Sie ein Einlösegerät. Das kann jeden Voucher auslesen. TripAdvisor, GetYourGuide, Expedia oder 300 oder 400 andere weltweit. Wir können diese Voucher lesen, Sie können diese Tickets auslesen, Sie können Ihnen eine Rechnung stellen und bezahlt werden. Sie eliminieren keine Voucher, sondern Sie machen es leichter, sie einzulösen. Sobald Sie den Voucher gescannt haben, können Sie ihn wegwerfen. Sie brauchen ihn nicht mehr. Früher musste man das erstmal sammeln, musste die erstmal manuell auswerten und wenn man sie verloren hat, hat man wahres Geld verloren. Kommentare ohne Mikrofon können leider nicht gedolmetscht werden, da die Dolmetscher nur Dolmetschen gehören, was sie über Mikrofon hören. Hallo, können Sie mich hören? In der Flugbranche, da gibt es keinen Mittelmann zwischen der Fluglinie und dem Kunden, der sich hier um die Tickets kümmert. Warum brauchen wir Zwischenhändler in der Fremdverkehrsbranche? Warum ist das nicht nur eine Mittellösung, sondern langfristig nachhaltig? Also in der Vergangenheit haben Sie erstmal ein Ticket ausgedruckt und dann haben Sie es ausgetauscht gegen den Boardingpass. In der Fremdverkehrsbranche sind wir nach wie vor noch in der frühen Entwicklung hier. Wir haben es mit einem sehr viel fragmentierteren Markt zu tun und niemand aggregiert das. Wir machen praktisch jetzt dieselbe Technologie, die Fluglinien und Verbraucher im Moment schon nutzen. Aber das ist erst in ferner Zukunft. Natürlich wollen wir das Papier eliminieren. Die kurzfristige Lösung ist das Scannen des Papiers, aber in der fernen Zukunft wird alles einfließen in das System, was wir bereits nutzen. Wie viele Attraktionen haben Sie? Mehr als 200. Nur in den USA? Im Moment sind die meisten dieser Attraktionen in den USA, aber wir expandieren dieses Jahr nach Westeuropa. Wie verkaufen Sie das? Was meinen Sie? Wie akquirieren Sie? Und naja, wir rufen Sie an, fragen Sie haben Probleme mit den Papiervouchers und fast alle sagen ja. Und wie sieht es mit dem Vertrieb aus? Ja, wir machen jetzt kein Contracting oder so. Wir haben festgestellt, dass Anbieter, die uns nutzen, eine Vertriebssteigerung erleben. Können Sie nochmal auf das Beispiel zurückgehen? Können Sie mich vernetzen mit anderen Anbietern? Ja, denken Sie uns jetzt als Konnektivitätspartner. Sie schließen sich nur mit uns kurz und wir werden Sie vernetzen mit allen Vertriebskanälen, egal wo Sie es haben wollen. Ihre bestehenden Kunden, nutzen Sie Ihr Produkt für alle Ihre Produkte oder wie funktioniert das mit den Kunden? Alle bis auf die Tickets, die Sie selbst verkaufen. Ein Ticket, was Sie an dritte Parteien weitergeben. Aber mit Ihrem eigenen Ticketing-System haben Sie ja keine Probleme. Machen Sie im Moment Fundraising? Ja, wir haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Was ist, worauf wollen Sie nach dieser Kapital, also nachdem Sie das Kapital eingeholt haben, investieren? Zuerst einmal Technologie, da wollen wir investieren. Aufbau des Technologie-Team, damit mehr Innovation, mehr Reseller, mehr Ticketing-Systeme und auch in das Vertriebs- und Marketing-Team wollen wir hier investieren nach der Finanzierungsrunde. Vielen Dank, das war die letzte Frage. Danke, Lies. Der zweite Innovator. Diese Firma befindet sich genau hier um die Ecke. 2017 haben Sie schon den Marketing Innovation Award Brand USA gewonnen bei der letzten Focusrite-Konferenz. Und bitte begrüßen Sie mit mir Anton Werner, Mitgründer vom Beach Inspector. Hi, everyone. Before we get started. So, bevor es losgeht, möchte ich, dass Sie sich nochmal kurz an Ihren letzten Strandurlaub erinnern. Warum haben Sie überhaupt diesen letzten Strandurlaub gebucht? Was ist die schönste Erinnerung, die Sie an diesem Strandurlaub haben? Und wie haben Sie sich gefühlt da am Strand? Waren Sie da glücklich? Wenn das so war, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Denn 700 Millionen Menschen reisen jedes Jahr an den Strand. Das ist eine große Zahl. Aber das ist eigentlich auch nicht überraschend. Denn viele Menschen lieben den Strand. Und am Strand zu sein, macht einen glücklich. Das ist der Grund, warum jedes Jahr so viele Menschen einen Strand- oder Badeurlaub machen. Und das weiß natürlich die Tourismusindustrie. Das heißt, alle spielen mit Strandbildern. Aber haben Sie sich schon mal gefragt, warum niemand, also wirklich niemand, das mal genauer hinterfragt? Der Strand ist natürlich eigentlich ein Kriterium für den Strandurlaub. Aber der Punkt ist, die Branche hat eigentlich überhaupt keine Information über die genaue Beschaffenheit der Strände. Und wie bei Beach Inspector schließen diese Lücke. Wir digitalisieren Strände auf standardisierte und skalierbare Art und Weise. Und das macht uns einzigartig. Wir haben sehr viele Medieninhalte und strukturierte Daten für jeden Strand. Dadurch können wir personalisierte Empfehlungen aussprechen. Und wir können auch die Lücke schließen zwischen der Unterbringung und dem Strand. Wie kommt es jetzt, dass wir all diese Informationen haben und andere nicht? Wir haben die Beach-Inspektoren, die Strandinspektoren. Und wir rekrutieren auch immer neue und bilden sie aus, unsere Strandkriterien anzuwenden. Inzwischen haben wir Inspektoren und Inspektorinnen auf der ganzen Welt. Wir waren jetzt an 2000 verschiedenen Stränden, an 50 unterschiedlichen Destinationen. Und an jedem Strand erfassen wir die komplette Strandbeschaffenheit. Einmal den Boden, aus der Luft. Und unsere Inspektoren verbringen tagelang am Strand, machen Videos, führen qualitative Befragungen mit den Einheimischen durch und sammeln Informationen über alle möglichen Facetten des Strandes. Im Ergebnis haben wir sehr viele Medieninhalte, Beschreibungen, Bilder, Videos und haben auch riesige Datensätze. Die sind alle sehr standardisiert und strukturiert. Die Informationen, die wir abdecken, ist zum Beispiel so etwas wie Art des Strands, Infrastruktur am Strand. Aber dann haben wir noch viel mehr. Wie voll ist der Strand zu bestimmten Jahreszeiten? Was für Leute sind da eigentlich am Strand? Ist der Strand familienfreundlich? Was auch immer man wissen möchte, wir haben die Antwort darauf. Und deshalb gehen die Leute auf unsere Website. Schon jetzt ist es so, dass mehr als 60 Prozent unserer Nutzer sogenannte organische Nutzer sind. Unsere organische Sichtbarkeit ist um das 16-fache in den letzten 18 Monaten gewachsen. Wir haben jetzt jeden Monat eine Million Seitenbesuche. Das ist jetzt nur in Deutschland. Das heißt, wir verwenden unsere Stranddaten in unterschiedlicher Art und Weise. Wir haben das erst einmal genutzt, um eine Metasuche anzubieten für Strandurlaub. Das Besondere an dieser Suche ist, dass wir die Einzigen sind, die zwei wichtigsten Dinge miteinander kombinieren. Das Hotel und den Strand. Und beides kann man in einer einfachen Suche heraussuchen. Das heißt, den perfekten Strand zu finden war noch nie so einfach. Wir haben verschiedene Einnahmequellen. Erst einmal gibt es Umsätze für die CPC-Einkünfte. Auch bieten wir damit den Destinationen einen nachhaltigen Zugang zu Marketing-Einnahmen. Und wir bieten außerdem der Tourismusbranche eine Schnittstelle, sodass deren Nutzer von dieser besseren Suche profitieren können. Unsere Vision ist, dass wir sozusagen die digitalen Eigner der Strände sind, weltweit. Und dass wir mit allen Anbietern von Strand- und Badeurlauben vernetzt sind, sodass die unsere Informationen nutzen. Links hier ist mein Mitgründer Kai. Kai hat 20 Jahre Erfahrung im Online-Tourismus. Und er hat eine der größten europäischen Wintersport-Websites gegründet. Und mein Kollege und ich haben für eines der größten E-Commerce-Unternehmen hier in Berlin gearbeitet. Wir haben 2,5 Millionen US-Dollar für dieses Projekt an Investitionsgeldern eingesammelt. Wir sehen, dass es hier einen tatsächlichen Verbraucherbedarf gibt. Außerdem gibt es unglaubliche Chancen auf dem Markt. Und wir haben damit eine Chance gefunden, etwas anzubieten, was nicht nur uns, sondern der ganzen Branche zugutekommt. Und wir sind auch bereit, das Ganze zu skalieren und noch internationaler zu machen. Danke sehr. Das heißt, es ist ein B2B- und ein B2C-Modell. Verstehe ich das richtig? Und wo kommt da die Skalierbarkeit her? Kommt die aus B2B oder B2C? Na, das ist ja das Schöne an unserem Geschäftsmodell. Wir müssen uns eigentlich nicht dafür entscheiden, ob wir B2B oder B2C sein wollen, sondern das geht beides. Wir bieten B2B, um Partnerschaften aufzubauen und um auch wiederkehrende Einnahmen zu generieren. Und gleichzeitig kümmern wir uns aber auch um B2C. Das heißt, die Möglichkeit ist, dass es dann damit mehrere Schichten an Umsatzmöglichkeiten gibt. Und das ist genau das Wunderbare. Wie werde ich denn Strandinspektor? Oh, da gibt es starken Wettbewerb. Wir hatten letztes Jahr, ich glaube, 17.000 Bewerbungen. Erst einmal muss ich ja sagen, das ist ein tolles Produkt. Ich habe das auch schon häufiger verwendet. Und das bietet ja tatsächlich einen Mehrwert. Das Problem ist, dass man ja mit Content im Online-Tourismus wenig Geld machen kann. Und ich habe schon so viele schöne Geschäftsmodelle gesehen, die aber nicht abgehoben haben. Warum sollte das bei euch anders sein? Ich glaube, ehrlich gesagt, das stimmt nicht für jedes Unternehmen. Ich meine, schauen wir mal auf TrustYou. Die sind ja eigentlich sehr erfolgreich gewesen mit ihrem Geschäftsmodell. Und das ist auch Content-basiert. Aber zu Ihrer Frage. Wir haben ja einmal diese B2B-Seite, die uns Einnahmen generiert. Aber letzten Endes ist es unser Ziel, dieses komplette Thema Strände online abzudecken und daraus eine Marke zu schaffen. Was sind denn die monatlichen Einnahmen im Moment oder der Umsatz? Das ist zumindest im sechsstelligen Bereich. Und wenn wir hier über Kosten pro Klick reden, was ist dann die Renditerate in Bezug auf das Marketingbudget? Das sind jetzt 4 Cent pro Besucher. Und der Umsatz? Wir haben eine Marge von ungefähr 75 Prozent. Was sind denn die drei wichtigsten Parameter, nach denen Gäste suchen? Nein, nein, das geht jetzt nicht mehr um Einnahmen. Es geht um, wonach suchen eigentlich die Kunden? Gucken die nach der Temperatur oder nach was suchen die eigentlich? Erstmal suchen die überhaupt nach der Strandnähe. Und was wir außerdem merken ist, dass all unsere Detailinformationen zu den Stränden dazu führen, dass die Leute nach Städten suchen. Alcodia, Palma de Mallorca und so weiter. Moment, vielleicht frage ich das nochmal anders. Ich bin Verbraucher. Ich bin auf beachinspector.com. Was geben die Leute am häufigsten in ihrer Suche an? Na ja, da wir ja vor allem auf dem deutschen Markt sind, sind die gesuchtesten Strände in Mallorca oder an der deutschen Küste. Gut, vielen Dank. Das war's dann schon. Unser dritter Innovator befindet sich ebenfalls in Berlin und war der Zweitplatzierte bei der EMEA Focusrite Conference 2016. Da ging es um die Innovation des Jahres. Und hier ist er, Lukas Empel, Gründer und Geschäftsführer von Booking Kit. Vielen Dank und es ist toll, hier sein zu können. Wir haben eine Aufgabe. Wir wollen die führende Infrastruktur für Touren und Aktivitäten machen. Wir haben bereits aus anderer Sicht über Touren und Aktivitäten gesprochen. Also wenn wir über Tourismus sprechen, dann reden wir über Touren. Das sind die drei wichtigsten Märkte. Zuerst mal geht es um Flug, Hotel und was kann man dort vor Ort machen. Also wie kommt man hin, wo kommt man unter und was macht man da? Die ersten beiden sind fast ausschließlich digital. Amadeus hat Flüge digitalisiert und Hotel sind auch digitalisiert. Aber der dritte größte Bereich im Tourismus, im Fremdverkehr ist noch ein Durcheinander. Fast kaum. Also ich meine, wenn jemand online ist, dann wird das getrieben durch die B2C-Seite, Get Your Guides, hier auf der Welt. Und wir haben über das Durcheinander bereits gehört. Es gibt zwei Probleme auf diesem Markt. Zuerst einmal der Lieferant. Die gesamte Administration ist ein Durcheinander, analog, auf Bleistift und Papier. Und dann gibt es kein zentrales GDS-System, mit dem ich vernetzen kann, wenn ich was verkaufen möchte. Muss ich jeden Lieferanten einzeln abklappern, muss Verträge abschließen und muss die Echtzeitverfügbarkeit abfragen. Und hier kommen wir ins Spiel. Wir nehmen die fragmentierten Daten der Lieferanten. Wir spielen sie ein in eine standardisierte Plattform, standardisierte Preisinformationen, Fakteninformationen, insbesondere den Bestand. Das schicken wir an OTAs, PERs und spezialisierte Marktplayer und dann die Anbietermarkt. Also anders als die Hotels ist es so, dass die Anbieter nach wie vor noch 70 Prozent Direktbuchungen haben. Das ist nach wie vor noch der Haupttreiber. Sie denken, vielleicht habe ich schon mal gehört, diesen Pitch. Aber beide Marktseiten haben sich seitdem dramatisch verändert. Lieferanten sind immer mehr unter Druck. Sie müssen digital werden. Sie brauchen ein digitales Buchungssystem. Auf Vertriebsweite sind die Akteure unter Druck und müssen andere Contente vermarkten, nicht nur Flüge und Hotels. Denn deren Margen gehen drastisch nach unten. Wie machen wir das? Zuerst einmal erste Probleme lösen wir im Markt. Zuerst einmal der Lieferant arbeitet analog. Wir geben Ihnen ein digitales Kalendersystem, ein ERP-System, was leicht zu nutzen ist. Und dann haben wir den Internet-Booking-Engine und dann als dritten Schritt lösen wir das wirkliche Problem des Marktes, ein globales Vertriebssystem, GDS, für den Markt zu werden. Und hier schicken wir dann die Daten an alle OTAs, alle Reisebüros und alle Marktakteure. Wo stehen wir jetzt? Uns gibt es seit zwei Jahren. Im deutschsprachigen Markt sind wir Marktführer. Wir haben 4.500 Kunden mit unserer Technologie. Wir haben mehr als 30.000 Echtzeit buchbare Events auf unserer Plattform. Und damit sind wir die schnellste wachsende Software für Touren und Aktivitäten in Europa. Schauen wir uns das Marktpotenzial an. Das sind die Focusrite-Zahlen. 129 Milliarden US-Dollar gibt der Markt pro Jahr her. Der wächst so schnell, dass wir es mit dem am schnellsten wachsenden Markt im Tourismus zu tun haben. Bis zum Jahr 2020 wird das über 200 Milliarden Dollar sein. Und was machen wir jetzt? Wir haben ein Erfolgshonorar auf Transaktionsbasis. Wir stellen dem Lieferanten eine monatliche Grundgebühr in Rechnung und dann noch Transaktionsbasiert. Wir können die Gebühren direkt abschöpfen von den Einkünften. Wir haben praktisch einen Treuhändervertrag hier. Und dann geht es hier wirklich um die Lieferantenseite. Wir haben unsere Lieferanten verzehnfacht in zwei Jahren. Jetzt haben wir jeden Monat 200 zusätzliche Lieferanten aus allen Bereichen bis zu Premium-Anbieten, bis zu mittelsegmentigen Anbietern. Und wir können alle größeren europäischen Kanäle ansprechen, Get Your Guide, CTS und Vietress TripAdvisor. Und wir führen jeden Monat zwei bis drei neue Kanäle hinzu, also für OTAs und Reisebüros. Und eine der wichtigsten Partnerschaften hier auf der ITB, die wir gerade abgeschlossen haben, ist unsere Partnerschaft mit Amadeus, das wichtigste GDS-System für Flüge. Und die nutzen unseren Content, den sie als ersten Content hier, den sie mit Reisebüros vertreiben. Das Produkt folgt einer dreistufigen Strategie. Zuerst einmal ein einfaches System einrichten, dann ein Widget für eure eigene Webseite, sodass sie die Direktbuchungen vornehmen können. Und dann sollen sie dazu in der Lage sein, alle verschiedenen Vertriebskanäle zu verteilen. Und hier haben wir das Management angemessen für diese Art von Geschäft. Also wir haben hier das, also wir sind ein Unternehmen aus Berlin und es gibt es seit Ende 2013, 2014. Und jetzt haben wir ungefähr 70 Mitarbeiter. Und wenn Sie sich interessieren für uns, dann können wir stellen im Moment ein, was erwarten Sie oder was können Sie von uns erwarten im Jahr 2018? Wir wollen mehr expandieren in den Bereich der Reisebüros, STAs und TAs, brauchen Reiseinhalte, um sich zu differenzieren. Es ist nicht genug, einfach nur den selben Content zu verkaufen, den man auch auf Skyscanner kriegt und das Ganze mit ein bisschen Consulting-Sales-Ansatz verkaufen, sondern wir geben wirkliche Alleinstellungsmerkmale. Wir arbeiten auch mehr mit DMOs, um diese Aktivitäten zu beleben und wir expandieren in unsere deutsche Marktführerschaft hin zur europäischen Marktführerschaft. Vielen Dank und das war tolles Timing. Also, warum ist dieser Buchungsansatz denn so viel besser als bei Redeems Ansatz? Also Redeem liebe ich, die machen einen tollen Job. Also ich will jetzt nur den Unterschied verstehen. Wir haben es mit einem ähnlichen Problem aus unterschiedlichen Ansätzen zu tun. Redeem, die konzentrieren sich auf einen Hardware-Ansatz. Sie sagen, wir wollen das Problem des Lieferanten lösen und wir sagen, wir wollen ganz einfach das Eingabemanagement für alle Reisebüros, OTAs etc. vereinfachen. Und ich meine Galaxy-Ticketing, das sind die wirklichen Hardware-basierten Eingabebarrieren etc. Das ist ganz was anderes. Und wir sagen, wir machen jetzt nicht den Hardware-Teil, sondern wir konzentrieren uns auf den Konnektivitätsteil. Es gibt noch nicht so viele ERP-Systeme, deswegen machen wir da unser eigenes. Aber im Zuge der Entwicklung der ERP-Systeme binden wir die an und wir bieten nur das GDS-System. Aus Sicht des OTAs oder des Reisebüros, sie wollen sich nur vernetzen mit einem der Jungs und nicht mit 20 oder 200 Services da draußen. Was die größere Herausforderung ist? Lieferanten- oder Angebotsseite? Lieferantenseite. Also wir haben mehr Nachfrage als Angebote. Sie haben Finanzierung gesprochen, Airbnb etc., Get Your Guide etc. Mit wie vielen Lieferanten sind Sie vernetzt? 4.500 und je pro Monat treten 200 neue hinzu. In der Reisebranche interessieren sich alle an einer Steigerung des Buchungsvolumens. Die Lieferanten sind bereit, für die Get Your Guides weltweit zu bezahlen, die Buchungen bringen. Aber sie bringen ja keine zusätzlichen Buchungen. Sie vereinfachen einfach diesen Prozess. Warum sollen die denn für ihr Produkt bezahlen? Ja, die wollen meine Buchungen, aber das Problem für sie ist, dass sie so analog sind. Und um eine wirkliche Perspektive hier zu erlangen, haben wir eine Befragung durchgeführt. 70 Prozent der Anbieter basieren nach wie vor noch auf Papier und Stift. Das nächstbeste Tool ist Excel. Natürlich kann man Kanäle hinzufügen, Get Your Guide etc. hinzufügen. Aber da geht es auch um die Frage der Konsolidierung. Und wenn man eine begrenzte Kapazität hat, das ist ja oft der Fall bei diesen Anbietern, da kann man keine Kontingente oder Unterkontingente der verfügbaren Kapazitäten vertreiben. Also bei Booking Kit zum Beispiel führt es dazu, dass Überbuchungen reduziert werden. Also geht es über Extranet oder API? Die meisten sind angebunden über unser eigenes Extranet, aber wir bieten auch ein API für bestehende Systeme an. 5 Prozent API, 95 Prozent der Rest. Was sind die Brutto- und Nettoumsatzzahlen pro Monat? Und das kommentieren wir nicht, das geben wir nicht bekannt, aber ein Eindruck von der Größenordnung, der durchschnittliche Reiseanbieter macht ungefähr 500.000 bis 1 Million Jahresumsatz. Und da gibt es große Unterschiede, natürlich bei den oberen und unteren Kundensegmenten. Aber das ist einfach nur so der Großteil. Ja, vielen Dank. Dreieinhalb Minuten sind vorbei. Dann geht es jetzt zum nächsten Markt. Der neueste Innovator sitzt in Frankreich. Herzlich willkommen, Slobadan Petrovic, Business Development Director bei Magic's Day. Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und über unser Unternehmen sprechen. Magic's Day wurde von Valérie Lignier und William Le Cerf gegründet. Valérie hat in der Vergangenheit internationale Messen in Frankreich, USA und Asien organisiert und William Le Cerf ist eine Art serieller Unternehmer. Wir haben also lange im Bereich Messen gearbeitet und wir haben immer wieder Beschwerden von unseren Kunden bekommen, dass es immer schwieriger sei, gute und bezahlbare Unterkunft in der Nähe der Messe zu finden. Außerdem wissen wir, dass sich die Gewohnheiten von Geschäftsreisenden verändern. Sehr häufig übernachten Geschäftsreisende inzwischen auch in Apartments und nicht unbedingt in Hotels. Dazu haben wir eine Studie durchgeführt und haben dabei bestätigt gefunden, dass 20 Prozent der Geschäftsreisenden in Europa schon einmal für eine Geschäftsreise eine Wohnung gebucht haben und 42 haben uns gesagt, dass sie sich das vorstellen können. Warum also Ferienwohnungen für Geschäftsreisende? Man hat mehr Platz, mehr Privatsphäre, mehr Freiheit und größeren Komfort. Und das ist natürlich am Ende auch günstiger. Wir haben in Paris die Preise verglichen und haben festgestellt, dass man bei Ferienwohnungen ungefähr 40 Prozent auf den Hotelpreis sparen kann. Aber nicht alle Apartments oder Wohnungen entsprechen den Erwartungen und Anforderungen von Geschäftsreisenden. Im Hotel hat man mehr Dienstleistungen, mehr Sicherheit, mehr Flexibilität. Wir haben uns also gefragt, wie wir das Beste aus zwei Welten zusammenbringen können, aus den Hotels und Ferienwohnungen für Geschäftsreisende. MagicStay ist die einzige Plattform für alternative Unterbringungsmöglichkeiten für Geschäftsreisende. Wichtig für unser Geschäftsmodell war es, sich komplett auf die Geschäftsreisenden zu fokussieren. Wir sind zu 100 Prozent ein B2B-Geschäft. Wir bieten verschiedene Business Services an und dann auch noch mal Werkzeuge für die Anbieter von solchen Unterbringungen. Wir wollten außerdem eine gute Nutzererfahrung. Das heißt, es gibt eine Buchungsmaschine, eine Buchungswebseite, die sieht ganz klassisch aus. Man kann hier eingeben, wo man hin möchte, Ankunftsdatum, Abreisedatum und so weiter. Wir bieten 130.000 verschiedene private Wohnungen an und das Wichtige ist, dass sich professionelle Immobilienanbieter um diese Wohnungen kümmern oder diese vermitteln. Wir haben sehr wenige Privatunterkünfte im Angebot, denn wir wollen, dass diese Wohnungen tatsächlich professionell betrieben werden, dass die Verfügbarkeit gut verwaltet wird, dass es eine gewisse Verlässlichkeit gibt und dass wir auch immer die Möglichkeit haben, Probleme zu lösen. Wir haben auch eine Bewertung in Sternen und dann gibt es natürlich auch die Bewertungen von früheren Reisenden, sodass man gezielt aussuchen kann, was einem zusagt. Wir haben die sogenannte Trust-Tay-Politik, da geht es um die Sorgfaltspflicht der Unternehmen, denn die Geschäftsreisenden möchten natürlich eine sichere Reise haben. Das bezieht sich dann zum Beispiel auf die Ausstattung der Wohnungen, also gibt es einen Alarm, gibt es Rauchmelder und so weiter. Außerdem muss sichergestellt sein, dass die lokale Gesetzgebung beachtet wird. Und dass es zum Beispiel auch einen Anschluss gibt, so etwas wie zu einem SOS-Ruf oder zu Sicherheitsfirmen. Wir bieten außerdem eine Hotline an, verfügbar rund um die Uhr. An die können sich die Reisenden wenden, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Es gibt auch eine Art E-Concierge, das ist so ähnlich wie im Hotel. Dort kann man dann Frühstück bestellen, Room Service bestellen, einen Transport zum Flughafen oder einen Reinigungsdienst. Außerdem gibt es bei uns ein Treueprogramm. Die Geschäftsreisenden können Punkte sammeln und mit ihren gesammelten Punkten Rabatte auf zukünftige Buchungen bekommen. Und außerdem haben wir eine sehr flexible Stornierungsregelung. Zu den konkreten Tools, die wir anbieten, sieht es so aus. Wir haben ein Jahr lang damit verbracht, unsere Preispolitik so zu gestalten, dass sie sich in die großen TMCs integrieren lässt. Wir arbeiten vor allem mit Partnern in Frankreich, aber auch in die großen Online-Geschäftsreiseangebote wird das integriert werden. Ebenso in das GDS und in Zusammenarbeit mit anderen Partnern, die Geschäftsreisen anbieten. Wir arbeiten an einem Online-Buchungstool, das es ermöglicht, den kompletten Workflow, der da anfällt, zu verwalten. Damit kann dann auch Effizienz gewonnen werden und Zeit gespart. Wir haben 5 Millionen an Finanzmitteln gesammelt und das Ganze ist ein provisionsbasiertes Geschäftsmodell. Außerdem stellen wir das Einrichten der Software in Rechnung. Was das Team angeht, wir kannten uns alle schon lange. Wir waren auch in der Vergangenheit schon Kollegen und Kolleginnen und jetzt haben wir noch weitere Personen angeworben, die Erfahrung haben in der Tourismusbranche. Und damit wächst unser Unternehmen. Können Sie uns vielleicht kurz sagen, wie viele Kunden haben Sie denn? Wie viele Buchungen gibt es im Monat? Nur mal so, um das einschätzen zu können. Zu den Zahlen würde ich mal sagen, wie beim vorherigen Unternehmen. Wir haben einen Umsatz im siebenstelligen Bereich im Jahr, sollte ich vielleicht dazu sagen. Wir haben Verträge mit einigen französischen Großkunden, Société Générale zum Beispiel. Darüber dürfen wir hier nicht öffentlich sprechen. Wir verbringen sehr viel Zeit oder haben verbracht mit dem Sourcing, um erst einmal den ganzen Inhalt, den Content zusammenzutragen. Dann haben wir die verschiedenen Tools entwickelt für die Anbieter und wir erwarten jetzt, dass wir zum Ende des Quartals so weit sind, dass wir 1.000 Buchungen pro Monat haben. Wie funktioniert denn Ihr Treueprogramm, wenn man ein B2B-Unternehmen ist? Das Treueprogramm funktioniert natürlich nur für die Kunden. Da gibt es eine Treue- oder eine Kundenkarte und immer, wenn die Personen etwas bucht werden, Punkte gesammelt. Nach fünf Buchungen können diese Punkte eingelöst werden oder man bekommt etwas dafür. Aber ich dachte, Ihr Unternehmen ist B2B. Warum wollen denn Ihre Vertriebspartner, dass es ein Treueprogramm mit jemand anderem gibt? Nein, wir wenden uns auch direkt an Geschäftskunden. Wir verkaufen nicht nur an TMCs oder anderen Vertrieben. Naja, aber dann wäre das doch B2C, oder? Sollte man das dann nicht auch so nennen? Wie kommen Sie denn zu Ihren Ferienwohnungen? Verwenden Sie da Aggregatoren? Wir machen direkt Verträge mit professionellen Immobilienverwaltern und dann schließen wir uns über Ihre Schnittstelle an oder über Ihr Channel-Management. Es gibt so viele Immobilienverwaltungsfirmen, so viele Vermieteragenturen. Die haben normalerweise schon ein Channel-Management-System oder ein PMS. Und dann schließen wir uns einfach an, damit man ein Instant-Booking verwirklichen kann. Gestern war hier einer der Mitgründer von Airbnb auf der ITB und hat die neuen Kollektionen und neuen Modelle für Airbnb vorgestellt. Und da gab es auch extra was für Geschäftsreisenden. Was bedeutet denn das für Sie? Na, wir sind ja ganz anders. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Geschäftsreisende. Das heißt, für uns ist eher relevant, ob unsere Kunden, die Geschäftsreisenden irgendeine Verbesserung wollen. Dann machen wir das. Es ist nicht so, dass die Geschäftsreisen nur 10 Prozent unseres Gesamtgeschäfts sind. Na gut, aber 10 Prozent von Airbnb ist ja dann vielleicht auch für Sie schon eine Bedrohung. Na, man muss sich einfach entscheiden. Bietet man auf dem Freizeitmarkt etwas für Freizeitreisende an? Wir machen einfach etwas anderes. Geschäftsreisen. Außerdem habe ich ja gesagt, wir arbeiten nur mit professionellen Immobilienverwaltungen. Das heißt, das sind Leute, die haben jemanden vor Ort. Mit denen haben wir Verträge. Und das heißt, es ist immer jemand da, der helfen kann. Und dann haben wir auch noch einen Offline-Buchungsdienst. Das heißt, wenn wir einen Vertrag mit einem Geschäftskunden abschließen und dann bucht jemand für einen kürzeren oder einen längeren Zeitraum, dann können, falls es notwendig ist, die Buchung auch offline vorgenommen werden. Danke sehr. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende Ihrer Zeit. So, jetzt kommt der letzte Innovator. Der kommt aus Venedig. Da wurde das Unternehmen gegründet. Filippo Fasolo, CEO von Hutz Hotel. Also Hutz Hotel. Sie haben sechs Minuten. Vielen Dank. Danke für die Gelegenheit, dass ich hier sein kann. Wir helfen Hotels, mehr Geld zu machen und mehr Profite zu generieren. Zuerst einmal, das, was wir machen, ist sehr einfach. Es gibt ein Problem in der Branche. Wenn Sie ein Zimmer verkaufen wollen, gehen Sie zu einem Hotelier oder zu einem Online-Reisebüro und Sie nutzen 18 Prozent Kommission. Das heißt natürlich Margenverlust für Ihr Hotel. In der Branche gibt es riesige Chancen. Es ist eine neue Technologie, immer mehr Chancen und zwar Price Advertising. Price Advertising ist unglaublich, denn wir zeigen jeweils dynamische Raten des Hotels und zwar nur dann, wenn das Zimmer auch wirklich verfügbar ist. Wie sieht es aus? Nun, diese tolle Technologie funktioniert aber noch nicht wirklich. Warum nicht? Weil das nicht wirklich für alle zugänglich ist. Wir machen jetzt Price Advertising zugänglich für alle Hotels. Zuerst einmal geht es um eine Plattform, die allen Zugang ermöglicht und im Rahmen der KI können wir durchschnittliche Kosten pro Kunden generieren, die sich durchschnittlich auf 12 Prozent belaufen. Abgesehen davon haben wir eine Konversionsrate, die mehr als 4 Prozent beträgt. Also 4 Prozent buchen auch tatsächlich ausgehend davon. Konzentrieren wir uns auf unabhängige Hotels, Hotelketten, Reisetech-Unternehmen und, naja, Ambassadors, also Multiplikatoren. Und wir haben mehr als 500.000 Hotels pro Welt. Das durchschnittliche Budget beläuft sich auf 4.000 pro Hotel. Das heißt, wir haben es mit einer Geschäftschance, wir haben fast zwei Milliarden pro Jahr zu tun, wenn wir das multiplizieren. 2017 war unser erstes Geschäftsjahr. Wir haben sehr vielversprechende Zahlen. Mit nur 200 Kampagnen, also 200 aktiven Hotels, haben wir mehr als 700.000 Brutto-Umsatz generiert. Und das hat unseren Hotels 6,5 Millionen Direktumsatz erbracht. Das funktioniert so toll, deswegen haben wir so erhebliche Wachstumsraten, und zwar monatlich um 10 Prozent. Und das ist unsere Wachstumskurve. Wir sind Pioniere, wir arbeiten zusammen mit Trivago und TripAdvisor seit Anfang an. Wir sind das erste europäische Unternehmen, das von Google Travel zertifiziert wurde. Um KI und die Optimierung zu beschleunigen, haben wir 2017 Brilliant Startup übernommen und konzentrieren wir uns hier jetzt gemeinsam auf die Reisebranche. Es gibt großartige Unternehmen da draußen, aber wir sind natürlich einzigartig. Einzigartig, weil wir KI und Automatisierung für unabhängige kleine Hotels bringen. Abgesehen davon haben wir Distinctive Distribution entwickelt. Das ist eine Vision, ein Konzept. Es geht um mehr Umsatz, um mehr Sichtbarkeit für die Hotels. Das bedeutet, wir wollten uns zuerst einmal auf die gewinnträchtigsten Kanäle konzentrieren. In dieser Industrie, seit 25 Jahren, haben wir die Direkt sales der Hotels erhöhten. Mit mir ist Osvaldo Mauro, das ist unser AI-Direktor, der Founder von Bautelier, der Unternehmen wir haben. Und Marco Baldana ist der Herrmann. Moreover, wir haben ein sehr guter Team von Advisors, Marco Bonazzo und Massimo Travol, das sind unsere Produkte. So, danke. Wir sind Adz Hotel, wir machen Preis Advertising accessible zu jedem. Thank you very much. Over to the judges for the questions. How do you organize your sales approach? There are so many hotels out there. How do you go about it? This is a very nice question. So, let's say that we are clustering the hotels into different clusters. And moreover, we are also dealing within business partners. So, travel tech companies use our platform, even in white label, in order to approach and let their clients manage this. So, we have two different approaches. One is an independent hotel. It's a great market. It's very fragmented. So, from the sales approach, it's quite difficult. But we are here even for that. And from the other side, the business partner, one business partner, will allow us to run him. And so, as to run hundreds or thousands campaigns, accordingly to the number of clients he has. So, these are the two main approaches to the market. My understanding is that hotels usually use a channel manager to sort of bring their rooms into the Booking.coms and Expedia and so on. And when I understand it correctly, you're sort of a channel manager for Metasearch. But why wouldn't a traditional channel manager just offer what you offer as an add-on so that the hotel doesn't have to use different products? Okay. The hotel, indeed, doesn't have to use different products. We simply need to retrieve into our platform the rates and the availability from the hotel. And we are not a channel manager. We are not even a booking engine. So, we are working within any channel manager and any booking engine. It's an asset for our company to have many connectivities. And that's why we are developing new connectivities to new partners. So, from PMS to channel managers to booking engine. And it's not mandatory to use one or another one. We simply need to retrieve rates and availability into the platform. And then within the platform, the hotel itself will be able to manage. So, you've been in the hotel industry tech over 25 years. Obviously, you know a lot about the marketplace. If OTAs are too expensive at 18%, why do they keep growing every day, every week, every year? Many reasons. First of all, we don't have to cheat about that. OTAs are solving a problem. So, there are so many rooms in the market. But you know what? What I don't like is that there is no balance between that. So, many hotels that I approach to, I have 90% even more or intermediary sales through the OTAs. It's just 10% of direct. So, it's about balancing that because direct sales, of course, are more profitable. So, we don't have to take any war against the OTAs. OTAs are solving a problem. But in the meantime, why don't you try to be more profitable by balancing intermediary sales and direct sales? That's it. Who are your investors and how are you funded? We founded ourselves within our own company. So, within many years of work. And we're looking to be founded for just one reason. Because our organic growth, to be honest, is very good. But in the meantime, we really needed to accelerate. Because we think that is a huge opportunity for the market and for us. So, we wanted to accelerate. That's why we're looking for funding. 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 That's why we're looking for funding.